Mal gucken, ey, das wird schwierig, man. Zeus gegen Romana? Du bist eigentlich gerade übel pissen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um eine Aufnahme zu starten. Wieso starten? Herzlich willkommen zur 86. Folge von... Kronk spielt... Minecraft. Im Gegnerteam Peter von InTheLineRP. Guten Tag, der Teppich spielt... Genau, und wir spielen... heute, wieder pro Rasur und so. Ja. Genau. Alter, warum ist der so langsam? Weil der schwebt auf einer Wolke. Hast du schon mal Wolken gesehen, die schnell sind? Ja. Wo denn, Alter? Die aus deinem Arsch rauskommen. Ja, Digga, das sind ja auch spezielle Wolken, Digga. Spezielle Wolken? Hab ich das Spezialanvertikum. What? Man is gonna knock you. Hey, hey, hey. Hey, is it bad me when you have that chance? Piss dich, Alter. Piss dich aus meinem Leben. Hey, say hello to your motherful me. You should have banned me when you had that chance. Du hättest mich bannen sollen, als hattest du die Chance, als du hattest, du Lauch. Weil es gab keine Bannfahrt. Ja, ja, aber er sagt, dass du Zigeunerschnitzel, Alter. Du hättest mit dem Detonate von deiner drei warten sollen, als ich drei Dots drauf hatte. Dann hätte ich jetzt den Fight verloren. 100 Pro. 100 Pro. Du hast doch drei Dots. Nee, aber du hast... Zwei Autotecks und den Blitz gemacht. Und das sind doch dann drei Dinger. Ja, der macht doch auch einen Charge, der D1, oder? Ja, ja, einen drauf. Aber ich hatte... Als du deinen Detonate gemacht hast, hatte ich, glaube ich, keine drei. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber ich glaube nicht. Also ich hätte gedacht, es wären schon drei gewesen. Freunde, schreibt es in die Kommentare, Herr Kappa. Ja, Tappi spüren. Ja, das ist natürlich scheiße, dass ich dir Geld in Klachen geworfen habe, weil ich einfach mal gucken wollte, ob ich es reiten kann. Ja, aber hättest du auch. Es war knapp. Ja, gut. Gut. Aber was soll ich denn? Was? Ey, jetzt kommst du mit denen, die das OP, weil du gerade voll den abgefuckten Fehler machst. Und anstatt die Wave zu klären... Wer ist balanced? Ich. Nee, du darfst halt einfach nicht immer... Du musst erst die Wave klären, das machst du, glaube ich, fast in jeder Folge so, dass du mich immer angreifst, wenn ich noch die ganzen Archers hinten habe. Junge, die Archers machen dich einfach nass, Alter. Es sind drei Stück und jeder von denen macht irgendwie 40 oder 50 Damage, Mann. Oder 30. 30 bis 50 dazwischen irgendwo. Was meinst du, wie viel das ist? Wenn es drei Stück sind. Mindestens zehn. Ui. Oh, schade. Hast du denn bekommen? So, who wants to get punched on the jump? Daneben. Hey, aber auch einfach nur so random durch, Digga. Was los? Hey, say the hello to your mother for me. Bin ich jetzt echt an zu nerven oder was? Ich glaube es ja nicht. Nein, Tower kann ich noch nicht, dafür habe ich noch zu wenig Dau-Fans. Dau-Fans. Ui. I'm sweet like honey. I'm not here to amuse you. Wave clear OP. Die ist auch OP, die ist Diamond. Hat von mir gelernt. Ah ne, sie ist eigentlich Grandmaster. Ich bin derjenige, der Master nicht schafft. Grand-Grand-Mam. Erstmal wieder Blue auffrischen. Nice. Den anderen, ich weiß gar nicht, woher ich den hatte. Aber den... Benance. Auf jeden Fall. Benance. Oh, oh, oh. Double tap, Digga. Haha, double tap. Loll. Nerv nicht. Thunder and lightning is all that awaits you, sagt der, oder? They surrender now or fall forever. Von BB hat er gesagt, äh, thunder and lightning is all that awaits you. Oh, da stirbst du, Digi. Das überlebst du nicht, glaub mir. Komm und feine wie ein Mann, Digi. Boom, Digi. Wer ist tot? Wer ist tot? Wer ist tot? Wer ist tot? Nein! Nein! Oh mein Gott, Alter. Ich hab fast nicht stehen geblieben, Mann. Hätte ich... Hätte ich... Hätte ich Blue... Hätte ich Blue-Stack hier... Blue-Stone gehabt, dann wärst du tot gewesen. Die elf... Die elf Damage, Alter, hätten dich genutzt. Oh nein, ey. Die Snacks. Hast du predigtet, ne? Ja, hab ich ausgedacht. Hast du predigtet, Alter? Ich hab so'n kleinen Taschenrecher an meiner Buchse, Alter. Das Ding ist, wir schreien halt immer so krass, ne? Ich glaub, die Leute erschrecken sich voll, wenn wir so durchrasten, Alter. Ich schreste... Ich find das toll. Ja. Deswegen gucken die das doch. Das Ding ist halt... Transcendence rockt halt so nice auf einmal, ne? Oh, oh! Double in your face, bitch! Der erste, der erste Slowt, ne? Ja, der zweite Slowt auch nochmal. Du kriegst halt durch diese Eins, kriegst du Attack-Speed-Slow und Movement-Speed-Slow, ne? Ist halt beides auf einmal. Deswegen ist auch Vermana so gut gegen Hunter in Joost. Das ist auf jeden Fall cool. I like Vermana. Ich kauf so'n Defense-Item eher, so Bulletproof-Poop. Hör mal auf, das ist so ziel, Alter. Das macht man nicht. Das ist von das schlechte Benehmen, Alter. Warum hab ich mir eigentlich nochmal Beats geholt? Äh, weil Vermana so viel CC hat, Alter. Ja, ja. Ich wisse schon wieder das Gleiche. Das regt mich auf. Ich will einfach schnell einkaufen gehen, so. Barg ist nicht, Digga, deine 3 zu benutzen. Okay, jetzt kannst du deine 3 benutzen. Ich hab's für die White-Pill-Aufe gestern. Klang ja dazu, nicht wahr? Ja. Echt? Doch, doch, du lernst schon dazu. Äh. Oh, halt, stirbst du. Hm. 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 So auf dich drauf getreten, wie so ein Stück Scheiße. Hm. Who's strong now, huh? Who's strong now? Bitch. Bitch. Boah, ich hab hier ein Blue gefunden im Jungle. Cool. Und danach gehst du erst mal pinkeln, würd ich sagen, wa? Ja, danach geh ich abkackt. Bevor wir unsere nächste... In der eine Runde machen wir danach aber noch. Ne, jetzt wir reichen doch. Schade. Na, ich hab eine richtig gute Idee. Aber okay. Aber okay, nicht mit dir. Ich wollte, ich wollte das verwirklichen. Oh. That's too bad. That's too bad. That's too bad. Junge. Was ist denn nur los? So, who wants to get punched in the jump? Cowardlesser God, for you face the master of Olympus. Echt, du bist echt der Master of Olympus? Das ist doppelt selig, Digga. Ja. Oh, da kamen wir nicht viel rüber, du. Ne. Da kamen wir nicht viel rüber. Erstmal schön, up in the base. Da kamen wir nicht viel rüber. Rüber und drüber und über. Hässlich ist ein... Ey. Entschuldigung, hässlicher Abwachsener. Genau so sieht das aus. I'm not here, du Muses. Er ist Swayze, geh in seinen Tower. Ich gebe ihm kein Gold. Auf jeden Fall gut. Hey, say hello to your mother for me. Ja, da brauch ich nichts zu machen, Alter. Wenn du ultierst, bekommst du noch übelste Resistenzen dazu, oder? Ja. Und je mehr Damage du machst, desto länger hält die an. Warte, wie war das hier nochmal? Ich krieg Physical Power 70 dazu. Health Regen 5% per second. Protection 15. Was ist denn? Junge. Was denn? Didi didi. Didi didi. Didi didi. Didi didi didi. Didi didi didi. Oh lol. Was ist denn los? Was ist denn? Was ist los? Ich hoffe immer so dumm zu fragen, du weißt genau, was los ist. Hast du dir jetzt gerade in die Hose gepinkelt? Ja. Okay. Ich hab's nicht mehr gehalten. Äh, verstehe ich. Auch. Do I look like a clown for you, bruh? Ja. braun kauer lässt er gar an der master of olympus sagt er einfach du bist jetzt nach mir buchsegungen nah amal das kürtel hier er hat seine ganz eigene art und weise kein problem akzeptiere das und nehme das an so wie du das gesagt hast kelle 1 kelle 2 kelle 3 kelle 4 kelle 5 kelle 6 das ding ist ich warte einfach immer bis der slow weg ist und dann haue ich wieder auf deine auf deine nacken haare das war heute das ist eine recht schmerzverlauben kenne 5 kenne 5 kenne 5 kenne 5 kenne 5 Dissst du deinen eigenen Titan? Respektloses Schwein. Der wird jetzt auf jeden Fall richtig wegrasiert. Ich kack dich voll. Mann. Ich bin ja immer so schlecht. Ich mach jetzt full Disrespect und geh nicht mehr back, Junge. Okay. Ich bleib jetzt die ganze Zeit hier mir egal. Ich bittest mich doch eh. Schaden an, Alter. Ja, das ist normaler auf Damage, ne? Oh. Der war nice, Alter. Da hast du die Minion. Hab ich nicht dran gedacht. Ich bin so doof, Alter. Hab ich nicht dran gedacht. Über den Witz. Ha? In Wirklichkeit bin ich Master. Aber in Wirklichkeit bin ich Master. Mein Bart ist so lang, ne? Das ist unglaublich. Ich lass ihn richtig wuchern, manchmal. Oh, abartig bist du. Ausbildung bei der ES. Ich beende jetzt einfach. Mach das. Mach ich auch. Mach mir, mach, mach, bitte. Ja, mach ich. Ja, ich will jetzt auch streamen. Ja, ja, ich komm ja schon. Ich seh gut, doch. Ich kann dazu. Können die Leute noch mehr Missplays dich angucken, Alter? Die haben wieder Schnee gekriegt, der Teil. Guck mal, wie du mir auch gar kein Koff, wie ich mich aber hochrecke. Danke. Ist dein Wohl ausgelaufen, du sollst den Schaden machen, dauert dir ja länger, hast du ja gesagt. Dann wollte ich warten. Danke fürs Zusehen. Ja, danke schön, Alter. Ist mir eigentlich mittlerweile eh irgendwie so selber peinlich, dass ich immer so eine...